Wir stehen heute alle unter dem Eindruck dieses furchtbaren Blutbads, das einen Amokläufer angerichtet hat in Baden-Württemberg. Ich kenne diese Stadt sehr gut, ich kenne die Menschen dort. Umso schlimmer ist das, wenn so etwas in das Leben Unschuldige einbricht. Das Leid, das da über Familien gebracht wird, über die Angehörigen, die Eltern, die Mitschüler. Und gleichzeitig kommen die Fragen, die Fragen, wie konnte dieser Mensch an diese Waffen gelangen? Wie ist das überhaupt mit unseren Waffengesetzen? Was ist mit dieser unglaublichen gewinnträchtigen Gewaltverherrlichung in unserer Gesellschaft, wo die Vorbilder herstammen für solche Taten? Warum ist da nichts geschehen, obwohl es immer wieder gefördert wurde? Vielen Dank. Vielen Dank.